Ich bin Berliner. Ost-Berliner. Es gibt halt keinen Ost und West, sag ich mal, aber trotzdem wird es trotzdem noch anders gelebt. Wer zur Ost-Zeit nie auf die Idee gekommen zur Union soll, nie. Wenn du in Treptow oder Köpenick als junger Mensch groß wirst, musst du dich irgendwie positionieren. Also entweder für Union oder dagegen. Welche Bedeutung hat der Union zu DDR-Zeiten? Sehen wir uns da ein bisschen verkehrt als Widerstandsklub? Und welche Rolle spielen wir heute? Nicht jeder Union-Fan ist ein Klassenfeind, aber jeder Klassenfeind ist ein Union-Fan. Die Möglichkeit, sich an die guten Dinge der Vergangenheit zu erinnern. Union ist das jede Woche. Wir aus dem Osten gehen immer nach vorn. Schuld an, schuld an für heute Union. Und wenn er dann Kummer hat im Leben, dann geht er zur Union, eisern und dann ist das Leben wieder in Ordnung. Und wenn er dann ist das Leben wieder in Ordnung, dann geht er zur Union. Wir sehen uns wieder. Dann Goes an, schuld an. Schuld an, schuld an. sc. Vielen Dank.